Weil das so ein runder Raum ist. Wieso schießt der nicht? Scheiße. Hey, was machst du da? Nee, Deadman und Dings hat nicht geschossen. Vielleicht war Batterie aller? Nee, ich hab ja die große Waffe, die ich aufgesammelt hatte. Hat Munition, keine Ahnung. Na, die eine, wenn du eine aufgesammelt hast, die eine braucht der erst kurz, um aufzuladen. Aber kurz war ja schon ein paar Sekunden. Und dann weißt du, was du wieder gemacht hast. Ja, hm. Aber hier ist es noch nicht, oder? Kannst du hier auch schon sehen? Nein, Kreisrunder Raum. Ja, das ist toll. Ich bin wirklich gut. War das hier nicht die Fabrik mit dem Proto-Hund? Hätte ich jetzt gerade mal gedacht, ja. Hunde, Hunde, Hunde! jetzt müsste es kommen stimmt da drinnen oh ne der liegt da unten genau unter dem teil wo bist du denn so mit ohne dann macht jetzt wahrscheinlich schnellreise wieder sind ich weiß nicht aber bestimmt ist hier noch alarm ja okay jetzt doch weißt du immer noch rot ja ich dachte aber wo soll denn hier noch einer sein kann ja bloß in den oberen etagen irgendwie hier sein also ihn habe ich jetzt ich warte mal kurz ob sich was ändert nö hier schon wieder untergrund vielleicht war er das jetzt hier nicht hatte okay so kann da kommen mit Vielen Dank. Du bist das, Mann! Jawohl! Welches Artefakt ist es jetzt? Außenbereich Arial 4. Wie heißt das Artefakt? Weiß ich doch jetzt nicht. Warum willst du den Namen wissen? Also wichtig zu wissen, man muss doch wissen, was man sucht. Naja. Im Prinzip die Figur aus jedem siebten Eier ist jetzt quasi, das ist das. Mhm. Naja. Wird es, dass du dich selber lustig findest. Ich weiß auch, dass du es tust. Lass den Controller heile. Na was, ich spiele ja schon. Begib dich in den Innenhof beim Außenposten. Also muss das irgendwo wahrscheinlich bei der Wohnung sein. Bei der Wohnung? Ja, da ist ja irgendwo eine Wohnung. Okay. Hier rechts war doch gleich einer, oder nicht? Öffnet von der anderen Seite. Nee, hier soll ich aufmachen? Du kannst doch was aufmachen. Dann machen wir auf. Warte. Es muss unten sein. Warte mal. Hier muss... Nee. Ja, nee, ich kann doch nicht aufmachen. Aber wo stehst du denn da? Du kannst hier einfach reinkommen. Von hier. Ja, aber der muss ja... Ist ja trotzdem... Er ist ja voneinander getrennt, so wie es aussieht. Hm. Dann vielleicht... Du meinst, dass es hier schon ist, oder wie? Nö. Da war bloß wieder ein Sammelgegenstand. Oh. Was denn? Ja, wegen so einem Sammelgegenstand. Das, was ich denke, könnte jetzt hier rechts kommen. Oh, und? Oh, hier, guck mal, jetzt kann man hochfahren. Wie hochfahren? Ja, nee, das ist doch der Gabelstabber. Ach so. Aber... Was soll da jetzt sein? Ach so, jetzt kommen wir doch hoch, jumpen mal zum Fenster. Hier ist auf jeden Fall ein Innenhof. Jawohl. Jawohl, ändere meine Position! Jawohl, ändere meine Position! Jawohl, ändere meine Position! Könnte das sein? Eventuell? Die Videokassette hast du mitgenommen, bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Äh, irgendwie geht meine Sicht nicht. Geht nicht, ne? Vielleicht muss ich nochmal auswählen. Habe ich gerade nochmal... Er zückt zwar die Hand, aber er ändert nicht die Sicht. Warte, ich kann da mit hinkommen. Also meine geht hier. Du meinst, das ist schon der Innenhof, oder? Hm, ja. Es müsste hier hinten sein. Mal gucken, ob ich es trotzdem sehe. Äh. Ich weiß jetzt, aber Alarm kannst du ja eigentlich nicht liegen, ne? Nee, aber davon trotzdem. Also hier hinten irgendwo. Achso, da, äh, du warst. Ja, hier ist es im Busch. Also du kannst hier nicht aufmachen, ne? Nö. So, das ist auch hier auf der Map. Area 4 für politische Gefangene. Einem Graben neben dem Turm-Eingang. Also müssen wir hier weiter... Du bist jetzt über den Zaun rüber, ja? Hör zu, Mädels. Eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt. Platziert eine Bombe am Fahrzeug. Viel Glück, Schwester. Hey, zur Packung! Yeah! Verstärkung! Verstärkung gewährt, Kommandant. Ich bin nicht in eurer Position. Danke. Na, Drohnen wieder, scheiße. Oh, du hörst auf! Stimmst, Mann! Boah! Wo war denn hier der Turm-Eingang? Na, vielleicht links da, ja. Das könnte der Graben sein. Da war das dann nicht... Oh, jetzt geht's wieder auf jeden Fall wieder. Das ist ja komisch. War das deine Sicht? Ja. Oh. Stimmt, da hinten kommt ja der Dicke. Ja. Ja. Oh, der lebt immer noch. Oh, Alter. Oh, der lebt immer noch der Pferde. Es sah eben so aus, als ob ich was am Großen hätte befestigen können. Vielleicht kannst du da ranaten auch anheften oder so. So, ein Graben. Hier irgendwo. Ich hab's. Und sogar noch ne Brille. Jo, da soll was drinne sein. Und... Oh, ich hab schon wieder zwei Disketten. Zack. Muni, muni, muni. Okay, ähm... Zisterne, Kanalisation, Areal 4. Gut, jetzt müssen wir... Die Map verlassen. Über Katakommnen, oder? Ne, normal. So wie's aussieht. Und hinten ist er U-Bahn, ne? Wird ja schon angezeigt. Ne, wir brauchen glaube ich gar nicht zu U-Bahn. Wir wird uns gleich zum nächsten... Dings hier irgendwie führen. Wenn's hier irgendwo rüber geht. Ja, hier war so ein Fenster. Na, toll. Ist auch die dieselbe Ecke. Aber, hä? Hier geht's doch irgendwo auch noch rüber. Laut Map. Aber wo willst du denn rüber? Ich weiß ja nicht, in welche Richtung. Na, hier quasi da. Die. Ist das das Untergeschoss, oder wat? Hä? Hä? Ne. Auf der Ebene soll's theoretisch... Ach ja. Ne. Geh's da zu. Ach, hier kannst du durchkrabbeln. Dat war dat. Hier kommt ein dicker. Glaub ich. Oder auch nicht. Ich hasse die Dinger. Ich hab so'n Dings gesehen. Was hast du? Ich dachte, ich hab'n Terminator wieder gesehen, aber... Das war ich. Ne, irgendwie so. Hä, 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 hä. Ach doch, er führt uns in den Untergrund, hä? Guck an. Weiter so, Schwester. Danke, Jess. Und da hat sie jetzt das Artefakt auch, oder? Jo. Aha. Vielen Dank.